. Er spielt den Ball zurück. . . . . Und nun Jefferson Fafin. Unglaublich! Der Kupfenschluss erzielt den Ausgleich. Der helle Wahnsinn! Das war der Ausgleich. Und das wird jetzt hier eine ganz packende Begegnung. Da dürfen wir sicher sein. Roberto Femigno. Jetzt ist er durch. Und jetzt hat er, guck mal hin! Und er ist drin! Ein wirklich wichtiges Tor für diese Mannschaft. Nun haben sie sich ein bisschen Luft verschafft. Es braucht mindestens dieses Unentschieden, um den Dörst der Hand zu geben.